Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video. Heute spielen wir den PC Building Simulator oder auf gut Deutsch den PC Bau Simulator. Wir beginnen als allererstes ein neues Spiel. Seht ihr habt ein paar DLCs. Ich würde sagen wir nehmen die Racer Proof, ach ne die Asus Proof. Willkommen bei PC Building Simulator. Setze dich zunächst an dein PC dritten in der Tür und öffne die E-Mail Anwendung auf dem Desktop. Du hast Post. Das ist unser PC. Und hier ist unser Monitor. Wir haben Post. Hallo. Vielen Dank, dass du das PC-Geschäft für mich übernimmst. Entschuldige bitte, dass es nicht in einem besseren Zustand ist. Ein paar Hinweise. Das Unternehmen läuft nicht allzu gut. Es gibt kein Geld auf der hohen Kraft. Miete und Strom werden nur nicht berechnet. Achte darauf, dass du beides bezahlen kannst. Ich hatte noch einen letzten Auftrag, der beim Aufbringen der Miete helfen sollte. Vergiss beim Prozessoreinbau nicht die Wärmeleitpaste. Das habe ich ständig verschlampt und es kam zur Überhitzung. Ich denke mal, du bist jetzt startbereit. Jetzt ist es dein Geschäft und du kannst nach Belieben schalten, weil hoffentlich hast du mehr Erfolg als ich. Dein dich immer liebender Onkel Tim. PS. Ich musste mir 15 Dollar versplitt borgen. Du weißt wie es ist. Deswegen haben wir minus 15. Danke Onkel Tim. Hallo Tim. Ich hoffe, du kannst mir helfen. Mein Computer läuft langsamer als üblich und ich denke, ich habe vielleicht etwas angelegt, das ich ihn hätte anklicken sollen. Vielleicht habe ich einen Virus? Danke. 100 Dollar gehen wir dafür. Wir haben die Seite. Okay. Und wir noch? Hallo. Ich habe vorhin an einem PC geschraubt und vergessen bei Gesetze für die Unterstützung, dass 3080 notwendig ist, den ich gerade eingebaut habe. Sowas könnte nur von jemandem kommen, der meine neue App Cloud Notes nicht verbindet. Vergisst du auch mal häufiger was? Suchst du nach Möglichkeiten bei der Arbeit schnell was zu notieren? Dann solltest du Cloud Notes ausprobieren. Das ist eine tolle App, in der du Notizen zum Bau von PCs schreiben und jederzeit wieder aufrufen kannst, wenn du sie brauchst. Das ist ganz schön praktisch. Diese App ist eine von denen, die du unbedingt haben solltest, bereit zum Installieren. Ich hoffe, es hilft dir. Dein Onkel Tim. Ich habe dir außerdem Zugriff auf einen Prototyp gegeben, an dem ich arbeite. Auch damit kannst du diese App in deinem Inventar aktivieren. Okay. So, dann gehen wir mal zu dem PC. Okay. Hier ist er schon. PC-Lip-Drehte-Zone, Viren-Beseitigen. Mitnehmen. Oh, dann nimmt er nur einen Tisch. Bei diesem Auftrag muss dann Viren-Scan durchführen. Drücke 3 oder bestätige die Kabelschallfläche und schließe Monitor, Tastatur, Maus und Netz, Kabelaufdruckseite des PCs an. Okay. Na. Okay. Okay. So. USB. Das ist toll. Und nochmal USB. Jetzt musst du hinten am PC dann USB-Stick einschließen, damit wir uns genannt sind. USB-Stick. Rein da. Drücke jetzt die P-Taste. Raum sieht ja genauso aus wie unser PC. Nein. Willkommen beim Omega-World. Dem ganz besonderen Betriebssystem. Klicke auf Programme hinzufügen, entfernen, um den Viren-Scanner zu installieren. Und wir müssen noch neu starten. Und komm in 1995, ey. Oh, dauert das lange. Krass. Bus neu gestartet werden. Woaa! Er wird P-R-G-Stuff und Untergubbleib. Haltet die Viren oder F2-Gedruck eines USBs. Hmm, Omega-System. Und die Wiren-Scanner. Wiren starten. Wooah! 326 und 146. Was hat der Typ gemacht? Er hat den Zaubern. Das ist alle Wiren-Beseitigung. Der PC kann an den Kunden zurückgegeben werden. Wir können auch einfach so nehmen, cool. Bezahlung gegeben, großartig. Du musst jetzt nur noch... Jetzt musst du nur noch deinen Lohn einstreichen. Geh zu deinem E-Bail, bestätige die Schallfläche, kassieren. Kassieren. Arbeit 100. Neuteile 0, gebrauchteile 0. Insgesamt 100. Ja, jetzt haben wir 85. Danke, Tim. Gut gemacht. Komm, morgen wieder und sieh nach. Okay. Das war's für heute schon. Sie müssen umschauen. Das ist unser PC. Den können wir auch aufnehmen. Ah, wir sehen, was drin ist. Ein Silverstone-Gehäuse, ein H-170-Mainboard, ein Pentium. Nur zwei Gigabyte RAM. Und den neuen... Hauptsache, den 79. Das ist auch heute Glückwunsch. Ich bin auf der Gelegenheit. Ich bin auf der Gelegenheit. Ich bin auf der Gelegenheit. Und 120 Gigabyte Mord-Pony sind in einem Fastball-Aus. Kumpel 79. Egal. Ja, dann gehen wir mal für heute. Durch unseren Aufzug. Hier kannst du deinen Tag beenden und zum nächsten Vorrufen. Dessen hast du keine offenen Aufträge. Na gut. Okay, am 10. müssen wir Betriebskosten zahlen und am 25. müssen wir Miete zahlen. Okay. Dann benden wir mal den Tag. Ja, wir können den Tag überspringen oder zur Arbeit. Gehen wir zur Arbeit. Tims Superschar für Reparaturen. Du musst 25% der Firma besitzen, wenn du ihren Namen ändern möchtest. Aber ich dachte, der Laden gehört uns. Naja. Boah. Wir haben Mails. So, das hatten wir erledigt. Mehr Platz auf meinem Computer. Devil an den Mortoni E-Store 500. Hm, okay. Kommt PC's Treffen am nächsten Tag ein. Geh auf deinem Shop und kaufe Komponenten. Devil an den Mortoni E-Store 500. Ich kaufe mir die heute nicht. So, jetzt gucken wir, ob wir erstmal, was wir sonst noch brauchen. Defekte Grafikkarte in den neuen Sitz. Okay. 73 oder besser. Das sind die, was bezahlt der uns? 265 Budget. Wow. Toll. Das heißt, ah, aber 265 Budget. 265. Sehr gut. Die. Können Sie bitte mal ein PC auf meinen Blick werfen. Ein PC auf meinen Blick werfen. Der läuft nicht immer so gut wie damals, als ich ihn gekauft habe. Wahrscheinlich habe ich ihn auch nicht genug gepflegt. Okay. Viren beseitigen und Staubreinigungen nehmen wir an. Und. Da. Wer wollte sich nur bedanken? Hätte nicht gewusst, dass ihr Onkel nicht mehr da ist. Doch offenbar ist sein Geschäft in guten Händen. Danke nochmal, Gary. Tschüss. Okay. Dann bestellen wir das. Vakuum anzeigen. Nutze die Lieferoption. Lieferung am nächsten Elektro kostet 30. 3 bis 5 kostet 10. Und 100. Okay. Das Zeug kommt erst morgen. Ja. Minus 260 Euro. Konto überzogen. Ja. Danke. Sehr geehrter Kunde. Wir beim Megakorps sind uns der vielen Halterfälle des Lebensbewusstsein. Stellen deshalb allen unseren Kunden ein kostenloses Überziehungsgebiet zur Verfügung. Der Rahmen ihres Gebiet bedriegt 1000 Dollar. Ja. Ja gut. Dann können wir auch nichts mehr machen. Und gehen wieder. War ein harter Arbeitstag. Zur Arbeit. Deine Teile sind eingetroffen. Schön, schön, schön. Teile. Oh ja. Und zwar in drei Paketen. War zwei Sachen. Geil. Grafikkarte und HDD. So. Äh. Dass die Staubreinigung. Grafikkarte ersetzen. Okay. Fangen wir damit an. Äh. Ich werde von hinten übergehen. Zusätzlich, ja. Festplatte. Die F500er. Grafikkarte treffen. Installieren. Bauwerkschaft schließen. Kabel. Ach, wenn es im Bahnleben nur auch so schön gehen würde. So. Installieren. PC-Teile. Seitenwand. Ja, nein, da. So. Und jetzt müssen wir natürlich noch testen, ob alles funktioniert. USB. USB. Nee, als Grafikkarte. Dann PSU und USB. Anmachen die Möhre. Ja, bitte. Das ist die Lade. Pass auf. Okay. Mal, das installiert man. Aber hey. Ist ja egal. So. Das ist die Grafikkarte. Im High-End-Gamer-Gehäuse. Eins, zwei, drei Schrauben. Fehle Schrauben. Egal. Grafikkarte deinstallieren. Die ist auch tatsächlich kaputt. Und neue Grafikkarte rein. Nicht deinstallieren. Installieren. Schraubi, 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 schraubi. Ich brauche doch keinen Strom. Das ist eigentlich nicht normal bei der M7. Egal. Seitenwand drauf. Klick. Das wieder dran. Kabel. Speed. Ich vergesse mal, dass das andere USB hier ist. Da ist es. Es gibt doch so ein schönes Werkzeug, was uns denn scheiß automatisch anschließt. So, guck mal, ob das Betrieb-System lädt. Und Betrieb-System lädt. Und nachfolgen ist der auch fertig. Und der letzte PC. Boah. Der sieht mal geil aus. Boah. Beschädigen die Installierungsschallfläche und nehmen die das Druckluft-Fashion-Hoster-Tools-Kategorie. Habt ihr darauf, dass alles richtig sauber ist. Gehäuse erst öffnen, dann reinigen. Soll ich das nicht mal von außen reinigen? Seit wann sind da vier Schrauben? Ich hätte doch einfach eine Klappe öffnen können. Das verstehe ich immer noch nicht bei dem Spiel. So. Staubi, Staubi. Staubi, Staubi. Boah. Dreh'n wahrscheinlich nicht. Hey, Staub, reine, du bist fertig. Ich wirst doch schon wieder von außen einfach sauber sein. So. Und das ist USB. USB. Hi, du. USB. Danke. Und das ist HDMI wahrscheinlich. Leider. USB-Stick dran. Dann können wir gleich das Seitenteil wieder ran machen. Und dann machen wir gleich einmal einen Viren-Check. Programme hinzufügen. Der Viren-Scanner installiert. Ja, neu starten. Wie schlimm das heutzutage immer noch wäre, wenn ich wegen jenem Programm mein PC neu starten müsste. Okay. Der Scanner hat das. Der startet. Oh je. 605 infizierte Dateien. Was machen die Leute mit ihrem PC? So, runterfahren wird hier nicht gemacht. Hier wird der PC nicht runtergefahren. Hier wird einfach ausgemacht. So. Ran am PC. Äh, ja. Das ist egal. Kassilen. Kassilen. Und Kassilen. Dann können wir die auch wieder verwerfen. Neue Teile. Eine 1050 DOSI. Das ist schön. Levelaufstieg. Du hast folgendes freigeschaltet. Prozessoren. 6-Gen Intel Core. 2666 MHz RAM. Automatisches Anschlusswert. Oh, ist das schön. Kann ich das schon kaufen. Äh, Tools und Software. System. Info 9. Automatisches Anschlusswert. Die äußeren Kabel werden beim Einstellungsbesitz auch ein Anschluss. Das ist 1000. Okay. Ich glaube, das können wir uns das nächste Mal kaufen. Gut. Das war's für das erste Mal PC Building Simulator. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.